Karin Bernet, 28, zentrales Mittelfeld und die Challenge gegen Noa Wötig-Wülle, weil wir intern eine offene Rechnung haben. Noa Scherz, 22, zentrales Mittelfeld. Ich will gegen Karin gewinnen, weil ich von ihr gekocht werde. Kreisel-Challenge. Dreh dich zehnmal um den Ball und versenke dann einen Penalty. Easy. Schneller, schneller, schneller. Hopp, hopp, hopp. Ruhe. Du musst noch. Ja, nein. Nein. Wow, das war in der Linie! Ich schwöre, die war jetzt drin. Äh, wahr. Gratuliere. Danke. 1-0. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10. A, B, C Challenge. Jongliert miteinander und nennt der Reihe nach Begriffe von A bis Z. Super. Schwierig? Scheren Papier, wer anfängt? Auf eins. Scheren Papier, scheren Papier, scheren Papier, scheren Papier. Two hours later. Scheren Papier. Gut. Ja. Pöpfel. Banane. Kamille. Delfin. Österreicher. Das ist auch ein Fehler. Der Ball nicht ankommt. Da mangelt es dann halt an der Technik. Finger. Garage. Hollunder. Igel. Jaguar. Karin. Larina. Ich weiss nicht, wie es weitergeht. 1-1. 1-1. Gut. Ingwer. Jung. Kim. Larina. Haben wir schon. Gratuliere. Ja. Die Larina. Ja. Golf-Challenge. Wer trifft denn einmal aus unterschiedlichen Distanzen? Gut. Machen wir. Super. Oh. 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 Das ist doch nicht so einfach. Machen. Puh. 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 Wann ist jetzt der Kopf getroffen? Nicht mich. Also schau jetzt noch an. Wenn ich dich bekochen sollte, dann musst du jetzt treffen. Puh. 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 Du hast keinen Druck. Puh. Ah. Ich bin wieder rufen. Puh. 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 Nein, ich will nicht kochen damit, weil ich froh, du vielleicht auch...